Yo, Kollegen was läuft? Herzlich Willkommen zu einem neuen Epic 7 Video. Und heute werden wir mal schauen, gegen wer wir heute kämpfen. So, dann schauen wir mal, wir haben sonst nichts mehr. Jetzt gehen wir mal in Guild War rein. Aha, nice. Daily Reward. Me Hand gegen Greek Gods. Okay, danke. Gut, also probieren wir das mal. Ähm, zum ersten Mal schauen wir mal. Ich bin nicht angegriffen worden, mein Defense sieht nicht so nice aus. Schade, schade, schade. Aber der, der mich angegriffen hat, gehen wir mal kurz schauen. Der hat gegen das Team verloren. Okay. Das ist eigentlich mein schwächer Team. Gut, alles klar. Aber als erstes gehen wir mal schauen, da greift irgendjemand schon an. Da greifen wir den Typ mal an. Uff, okay, der sieht nicht so feiss aus. Den gehen wir gleich holen. Und zwar gehen wir den mit dem Team holen. Und das hier. Ähm. Ich habe das Gefühl, das Team mega drauf hält. Aber wir probieren es mal mit dem Team. Ähm. Ich kann zwar nichts versprechen. Aber wir probieren es. Ja komm, wir probieren es. Let's go. Erste Battle. Und ich gehe zuerst natürlich. Ich hoffe jetzt, dass wenn ich sie... Eigentlich muss ich nicht mal strippen. Wir machen mal das hier. Okay. Machen wir das. Defense Break. Und. Defense Break. Defense Break. Death Break. Death Break. Nice. Gut. Und dann droppen wir den Blitz aber. Krieg of Gods. Krieg of Gods. Krieg Gods. Wir bringen jetzt den Blitz. Okay. Und sie clap. Vermutlich ist es mega schwache Hilde. Aha. Okay. 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 Maybe I'm working too hard. Gut. Die macht nachher glaube ich. Okay. Okay. Wir machen das. Wie passt sich selber einfach. Okay. Kommt. Wir machen das noch nicht. Wir greifen einfach mal normal an. Dann passt sie sich. Das ist kein Problem. Wir haben wirklich keine D-Box. Wir machen wirklich keine D-Box. Wir machen wirklich keine D-Box. Von dem her spielt das hier keine Rolle. Die äh... Okay. Ja doch. Wir hätten das gehabt. Eventuell hätten wir können. Stunnen. Ja. Ja. Nicht so ein grosses Ding. Weil wir da eh angreifen mit Landy. Und weil sie so Millionen viele Buffs haben. Äh. Cyclet Landy. Oh. Ja. Ja. Gehen wir kurz gucken was die für Level sind. Scheinen es recht easy zu sein. Level 18 hätte ich nicht mal mehr gesehen. Ja. Okay. Vielleicht würde das heute sogar einfach mal... Was? Ich denke kein Players. Ähm. Okay. Da haben sie ein paar. Da können wir noch nicht... Bubis 12. Okay. Gut. Danke für den. Also. Ja gut. Gehen wir mal da weiter. Ja. 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 was ist das und dann 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 zehn krebs der unteren die märkte mit dem team mit der musikus da muss nicht groß etwas andere der obere namen der a lotz momentiert einfach aus bieten das ist schon mal verloren wir gehen mit a lotz die hat ein revive und wir gehen mit sie hat aber nicht so viel krit chance will sie eigentlich ein weibern sie gett ish und nicht irgendwas anders aber mich an der sb holen können wir gehen mit sb ist es auch besser nein wir haben es ihnen killet haben wir das problem ok dann holen wir wer holen wir denn wir gehen gleich mit sb ok probiert das so mein a lotz outspeed nice aha easy ja maschinen ist wirklich schwache kill ok und jetzt einmal glückhahn kritet sie cool 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 und nochmal und krit tot ok nice easy clap und das müsste ich auch ein kill geben ok nice 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 kill und bei mir glückhahn killtos auch auf irgendetwas ja irgendwer stirbt ausser ausser mit silenzen damit er seine ult nicht brauchen kann also i lotz meis silenzen 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 ok neiii blab blab na na s k all is by your will kill ok aaah 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 auch da müsste man eigentlich nicht ähm drauf haben wir aber wir machen jetzt 3 äh 2 dass meine Mist geht ist gut defense break defense break death break nice aber jetzt alles gut platt klappt bbk ich das alles klack klipp na oh ja stimmt blVA klipp 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 Scheiss Wildry Scheiss Wildry Gehen wir da schauen was wir da machen können Wir haben da nochmal einen Wildry Wir haben da etwa Level 52 Level 52 Hmm Weisst du was wir gehen Wir haben überlegt mal da unten etwas Und zwar da unten Gehen wir mit Im Troublemaker Crozet Den haben wir noch nicht so viel gesehen Aber das ist noch cool eigentlich Und dann hauen wir noch einen Landy drauf Weil sie alles blau sind und Landy wird nicht Angegriffen Und dann geben wir noch Endings für ihn Holen Wie zum Beispiel Ein General Pergus Also dann Ist blau also greift sie nicht Den an Sie greift den an Und sie greift den an Dann kann sie einfach drauf hauen Und sie haben ein bisschen Buffs Ok Ah das sollte ich schon gehen Der obere Hm Wir gehen Mit Vielleicht mit SSB Da vorne Weil das ist mega schlecht eigentlich Noch etwas anderes Es ist glaube nicht gebaut Es ist glaube nicht gebaut Ah weisst was Wir können einmal das Grün probieren Ich weiss nicht ob das funktioniert Wir können es Wir können es Probieren Aber Es ist Es ist eben eigentlich Ah Moment Nein warte wir gehen mit dem Mit dem Kann man sie noch etwas kontrollieren Ja Ja voll Wir gehen mit ihm Und hoffen Dass er outspeedet Oder so Ja komm Das Das sollte ich Und er ist der erste Nice Ok Dann machen wir mal Und Muscle sleep Und Oder auch kein Muscle sleep Und Und Wir probieren Sie Das Kille Oh Das ist wirklich nicht Sie jetzt Ah ja Das ist Das ist Ja Aber Ja Man muss Backhand Kille sie jetzt Oh Dicke Ken Nice Ok Counter Oh Der Seerfisch Ja Kingblade Der Arby Und Der Arby Oder auch kein Der Arby Der Arby Ich werde jetzt Der Arby Und Der Hauen wir In sleep Modus Nice Und Okay Ok 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 Nice Und Das Mein Ball hätte Nicht Masse sleep Schalt gesehen Wir machen Das Da Es geht Ein Crit Debuff Und Defense Buff Ok Jetzt hoffen wir das Kille Spurge ich uns Nächste Runde Und Du Stun Stun SSB Nice 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 Das Und Was ist das jetzt Ist das für alle Ah shit Ok Also Dann Mö Mö Ein FBI Standby Ähm Wir haben Kämme Ok Ja gut Ähm Noch kurz zum zeigen Der ML Crosshead Falls du den nicht gebaut hast Ähm Der ist noch recht cool Wenn er Wenn du jemanden hast Den du ihn beschützen musst Quasi Das hat er Ähm Wie gesagt Increased defense Und äh Noch ein Hat er nicht noch ein Uncredible Oder sogar Und er dispelled Das ist auch noch cool Ja Und macht einen 40% Push Das ist noch recht cool Er verteidigt Ja ok Das habe ich jetzt nicht ausgebaut Weil ich keinen Mola habe Aber mit Der Passive verteidigt er 40% Receives 24 Of Damage Ok ja Von dem zinderst hinten Und du kannst es glaube ich noch recht viel Weit hoch tun Das hier Musst du einfach bis Bis dort plus 5 Musst du den machen Damit die Effektschancen Du bist und dann hast du jedes Mal 40% Chance zum Stunnen Natürlich Elbris Oder Damit er kann äh Einfach angreifen Und eventuell stunnen Und ich glaube ich habe keinen Molas Doch ich kann Aber nicht so viel Ja neue Units kommen jetzt dann raus Und das ist noch recht cool Voll Ok Boys Danke vielmals fürs zuschauen Nicht vergessen Liken Comment Subscribe Und all das Äh Und so Nice Bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye